Sophia Vegas wohnt jetzt in einer XXL-Villa. Die Reality-TV-Kandidatin ist mit ihrem Mann Daniel und ihrer vierjährigen Tochter Amanda in Los Angeles zu Hause. Nun ist es an der Zeit für einen Tapetenwechsel. Die Familie will sich vergrößern und zieht in ein 550 Quadratmeter großes Mietshaus im Norden der Stadt. Das neue Familiennest verfügt über fünf Schlafzimmer, ein Fischteich sowie ein Swimmingpool. Kostenpunkt knapp 20.000 Euro pro Monat. Dazu kommt noch die Einrichtung, die auch nicht gerade günstig ist, wie Sophia verrät. Ich habe bei 30.000 aufgehört zu zählen. Es ist wirklich schlimm. Es ist teuer. Ich sag zu meinem Mann, unter 5.000 kein Problem. Ich kann das Haus einrichten. Teppiche, Kamin. Mein Mann weiß gar nicht, wie teuer das alles ist. Das ist auch gut so. Dafür ist in dem neuen Haus genug Platz. Auch für weiteren Nachwuchs. Wir arbeiten an Baby Nummer 2. Meine Tochter möchte unbedingt ein kleines Geschwisterchen haben. Die besten Voraussetzungen dafür sind jetzt zumindest schon mal geschaffen.